herzlich willkommen zu einer weiteren folge sehr infected hier schon hier gargarten huhn und wir haben eine ziege in der nähe und es ist ein bisschen was passiert zwischen der letzten folge ich bin zwar immer noch in der gleichen aufnahmesession ich werde auf den kompletten januar jetzt alle vier folgen am stück durchziehen aber ich war hier schon ein bisschen zu gange und habe hier ein paar sachen ausgeräumt weil ich mir dachte jetzt die ganze hin und herren in der folge ist jetzt nicht so geil um zu gucken deswegen habe ich schon einiges mit rausgenommen paar sachen stehen hier noch also ein bisschen rennen müssen wir auf jeden fall noch wir müssen auch noch den ganzen strom spaß dann nach drüben bringen aber wenn ich mir jetzt mal diesen waffen ständer mit dann machen wir mal was ganz was neues was wir bis jetzt noch nie gemacht haben nach dem speedy huhn hier gerade war und ich hoffe hier bleibt werden wir auch gleich mit dem speedy huhn weiter machen wir stellen jetzt mal den hier hin dann gehen wir mal hier auf den waffen slot nehmen wir mal diesen verbessern muss haben wir hier raus denn hier rein nehmen den bogen hier mit und gehen mal ganz gemütlich hier zur verbesserten an dem werden wir jetzt träubungspfeile herstellen wir brauchen ein eisenbrocken eine feder ein stock und drei pilze also 5 5 5 und wo sind jetzt meine pilze ach so die sind ja hier drin ich wollte gerade sagen es sind dann 15 stück wenn ich mich jetzt nicht täusche halt die sollten wir schon rein stellen okay und das geht nicht warum geht das nicht ja ich sollte nicht essen das wäre jetzt von vorteil 1 3 3 nehmen wir den noch mal rüber das wäre dann eine dann eine feder oder und dann einen Dick halt eine Feder habe ich gesagt nicht 5 und dann nehmen wir Herstellung Maximum die liegen jetzt hier schön brav rum das heißt im Endeffekt wir werden jetzt ein paar Sachen aufräumen die kommen auch gleich rüber die Federn kommen nach unten dann werden wir mal gucken ob wir so ein Tier kriegen Federn und dann gehen wir noch auf ein paar Umräumaktionen ein wo ich was hingestellt habe da ist jetzt aber die Preisfrage wie packen wir die wohin äh warte mal da ist der Köcher machen wir das mal so gehen auf den Bogen und schauen mal ob wir das auf die Kette kriegen ich werde am liebsten eigentlich mit dem Huhn anfangen das wäre mir echt am allerliebsten die Ziege die räuft hier ganz gechillt rum wo ist das Huhn äh Huhn wo bist du wo tigerst du rum mein Freund aber mal ganz ehrlich wenn du mir hier die ganze vom Latz rum rennst wie viel brauche ich dafür oh jetzt hätte einer gereicht bist du das Huhn ne oder doch bist du ein Huhn du bist ein Vogel verdammt da habe ich wieder Pfei verschossen dann nehmen wir jetzt einfach mal die Ziege mit und ich hoffe dass wir mehrere Tiere in den Stall kriegen wenn wir nur eins reinkriegen ist natürlich jetzt doof weil dann bräuchten wir für jedes Tier einen eigenen Stall das könnte dann gleich mal ein bisschen ausarten wo ist dieses Huhn verflucht das verarscht mich doch aber dann gucken wir uns mal an wie das mit dem Stall läuft na gell mein Ziegenbock und ich glaube durch den Ziegenbock kriegen wir Milch und vielleicht sogar Fleisch ich weiß das nicht ich weiß auch nicht ob ich zwei von denen brauche oder einen Ziegenbock und ich weiß nicht ob du bist du Ziege oder bist du Ziegenbock ich hab den jetzt einfach mal hier reingepackt und jetzt ah hier legt aus und hier schlachten die schlecht weiblich geschleppt ausgewachsen erscheint in 49 Minuten gibt es eine neue Ziege oder wie und wir können Ziegen und Hühner hier reinpacken okay wo ist dieses Huhn da drin mich geht es ja nicht mal wundern wenn es jetzt unter meiner Plattform rumtigern würde Hohstück ist es weg ich hab sogar noch erwischt ist das geil ah du bist männlich das ist ein männliches Huhn also ein Hahn eigentlich ja gut das ist jetzt natürlich nicht so gut aber wir können ja mal noch ein bisschen gucken aber auch wenn es jetzt beim Gewitter und Regen vielleicht ein bisschen bescheiden ist wir nehmen auf jeden Fall mal so Holz mit jeden Fall haben wir schon mal zwei Tiere drin das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig gut muss ich die eigentlich füttern brauchen die irgendwie Futter oder sowas weil die haben ja jetzt die haben Hunger die haben dort fressen die im steigenden Lebensmittel nur Gemüse und Obst ah Moment kann ich dir muss ich dir jetzt echt halbieren gut im Notfall esse ich ihn selber die sind ganz schön verfressen die Tierchen dann machen wir jetzt mal kurz eine neue neue Aussaatrunde oh ja hier steht auch immer noch mein Dach verkehrt weil ich dachte das blockiert mich wo ist es du kommst mit also wenn man so viel Dusel in einer Folge hat weiblich okay wir haben einfach so Hahn und Henne aber wir bräuchten eigentlich einen Hahn gar nicht weil mit dem Update können die sich glaube ich anscheinend selber fortsetzen oder fortpflanzen keine Ahnung die hier anscheinend auch aber das müssen wir halt mal beobachten aber die futtern ganz schön wir werden jetzt aber trotzdem erstmal einen Vorrat schaffen für uns machen wir hier die Bude zu und werden dann nochmal aussehen das werden wir später auch mit dem Wagen machen werden wir einfach mal Kisten drauf packen weil ich hätte gerne von jedem einfach mal eine volle Kitze bevor wir dann auch Mike haben aber das können wir auf jeden Fall schon mal ernten da drüben habe ich auch noch Kürbisse also von dem her geht das auf jeden Fall klar ähm ok 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 Kürbissart wir können auch gleich mal ein bisschen was essen wir müssen dann auch in Zukunft anfangen mit ähm essen für uns also richtiges Essen herzustellen das hat auch Jopi die schon gesagt dass da die Rationen für uns eigentlich ganz interessant wären müssen wir aber mal gucken dann machen wir hier jetzt erstmal Mais dann wird das Gurken und Mais gewächshaus und das andere machen wir dann hier mit Kürbis und äh Wassermelone habe ich da auch noch Mais drin jo habe ich ups wir haben anscheinend schon wieder ein bisschen zu viel Kürbis kommt drüben hin da kommt dann auch gleich wieder ein Zwiebelkeimling rein das machen wir hier drüben aber genauso da kommt auch noch eine Zwiebel rein dann wird die ist dieses Gewächshaus wieder ne ist es nicht es fehlen noch zwei ähm so kommen hier mal ein paar Gurken rein und dann auch gleich ein bisschen Mais werden wir auch so handhaben hier ah du kriegst ich krieg auch nicht jedes mal ein Zwiebelkeimling wie es ausschaut ist jetzt auch nicht so geil Kartoffel Kartoffeln Kürbis mal voll hier und dann packen wir hier einfach wieder ein paar Gurken rein so die ernten wir aber so und für die Wassermelonen die müssen wir auch ernten weil ich glaube ich habe keine Samen mehr dafür so und wir das da auch gleich raus so so dann nehmen wir gleich nochmal eine mit die packen wir jetzt auch hier rein und dann tun wir auch gleich die Kartoffeln und die Zwiebeln mit rein äh dann schaue ich jetzt aber nochmal ob wir irgendwo nochmal Saatgut haben so ein Gewächshaus zum Auffüllen okay da ist schon mal nix mehr drüben ist auch nix mehr dann kann höchstens noch was in der Tierkiste sein und die ist ja hier unten aber nein nicht mal da haben wir irgendwas gut ist jetzt auch nicht so dramatisch aber dann fangen wir hier auch gleich an mit dem Umräumen wir haben jetzt natürlich das mit den Tieren erstmal gemacht die werden wir auch gleich nochmal füttern dass die ja genug Fressen drin haben aber vorher ähm der Weihnachtsbaum den wollte ich nicht wegreißen ich habe mir gedacht komm wenn man schon über die Weihnachtszeit nicht stehen gehabt haben lasst man wenigstens hier stehen ich würde auch sagen in der letzten Januar Folge also in der nächsten werden wir dann einfach die Lichter ausschalten und dann lassen wir den hier einfach als kleiner optischer Hingucker stehen ansonsten hier ist ja vielleicht das ist noch mit drin das war noch so hier habe ich mal provisorisch die Wände eingezogen für unser Erzlager beziehungsweise Warenlager ich habe auch alles hier schon mal rüber gepackt wir können dann auch das gleiche gespiegelt nochmal auf der Seite machen dann müssten wir genug Platz haben hier draußen dachte ich mir machen wir zwei äh Lagerregale hin für Kissen für die wichtigsten Komponenten was wir hier drin lagern und hier entsteht der Stromraum das sind auch schon mal ein zweites Regal in Planung also so wie es später mal genutzt werden soll eine Batterie ist schon da und dann muss man jetzt natürlich denke ich machen wir das in der nächsten Folge werden wir den Strom hier umlegen dass der hauptsächlich hier in dem Gebäude zur Verfügung steht nun werden wir eventuell das Gebäude an der Höhle langsam aber sicher zurück bauen jetzt muss ich aber hier mal kurz alles rausnehmen was geht sonst kann der hier nicht mehr weitermachen aber das ist gerade egal weil wir müssen eh rüber gehen weil der neue Werkstattbereich ist ja auch hier unten entstanden klar sind jetzt alles noch ziemlich viele Blaupausen hier unterwegs aber ich denke so nach und nach kriegen wir das hier auch alles in Griff dass das hier steht so hier habe ich schon mal eine Wand gesetzt da soll aber hier nochmal ich habe so in Planung hier so ein Glaselement rein und hier die Glastür dass du hier quasi in die Werkstatt reingucken kannst wo dann auf dieser Seite der Schmelzbereich ist den wir wahrscheinlich auch nochmal mit einer Glasscheibe und einer Glastür oder Türrahmen versehen werden weil das will ich auch separat noch ein bisschen haben und dann hier ganz normaler Werkstattbereich und ich denke da sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg damit Kohle ist auch noch ein bisschen was da Oh Eisenerz wir könnten das alles schmelzen also ich habe jetzt auch keine Kiste gerade hier mach den mal aus mach den aus mach den aus oh da ist nichts drin dann machen wir es so lagern wir jetzt einfach mal diese Eisenbarren hier drin weil ich möchte die jetzt ungerne schmelzen auf der Seite können wir es gerne machen aber es wird wahrscheinlich auch nicht durchlaufen weil diese Barren sind eigentlich zu wertvoll dafür das war's das kann schmelzen dann können wir aber hier eigentlich das auch schon mal so einzeichnen wie ich mir das gedacht hab oh okay das ist blöd dann machen wir das so nicht dann wird es einfach so laufen dass wir hier die Glasscheibe hin machen und hier dann so ein Glasrahmen dann kann man nämlich hier schön dann in die Schmelze und die Werkstatt gucken und den Bereich würde ich fast so lassen ich glaube das ist ganz geil sieht man immer was hier abgeht die Tür werden wir dann sehen ob wir noch eine reinbauen oder nicht aber das kommt dann später weil das braucht erstmal ein bisschen Material gut dann haben wir den Bereich erstmal soweit gemacht jetzt wartet mal wir wollten jetzt erst noch die hey moin Fuchsi wir wollten mal gucken was mit den Tieren ist schaut euch das mal an die haben jetzt erstmal gefressen haben schon alles wieder weg was füttern wir den denn eigentlich wir gucken mal was was bringt was bringt denn so eine Gurke die bringt auch 100 okay okay da bringt alles 100 dann machen wir das einfach mal so und schauen wir mal wie viel wir hier reinpacken können ich gehe mal davon aus dass nicht mehr wie 1000 geht oh doch geht oha wie viel kann ich ihn da reinpacken ob sie alles ist gut 24 24 wir machen jetzt aber noch nicht okay das kann ich nicht reinwerfen aber das ist schon mal gut aber wenn die sich dann vermehren dann haben wir dann auch immer eigentlich immer Fleisch gehe ich mal davon aus aber durch vielleicht kriegen wir auch Milch warte mal gibt es Milch müssen wir mal reingucken da bin ich nämlich jetzt selber neugierig ja gut wir haben Fleisch rohes Huhn okay rohes Fleisch ist auch okay Eier ich hoffe wir kriegen ganz viele Eier davon das ist eine kleine Ration was brauchen wir denn da gekochtes Huhn haben wir nicht Melone, Pilzei haben wir auch nicht Milch gibt es auf jeden Fall wird von Ziegen im Stall erhalten das ist gut also Milch wäre schon mal geil eine Eintopf Mischung rohes Fleisch, rohe Leber gemischt das Gemüse oha ich glaube wir machen eher das da Wassermelone und Melone was kriegen wir denn dafür Ausdauer geht wird plus und da gehen wir mit der Gesundheit hoch und das ist Gemüse Gemisch Gurke Mais Kartoffel Zwiebel ofel Zwiebel Gurke Mais Kartoffel Zwiebel Drucken Mais Kartoffel Zwiebel Karoffel Zwiebel Kartoffel Zwiebel Gurke Mais guckemais ok und da wollen wir leere dosen das kriegen auf jeden fall hin an 1 okay mehr platz haben wir gerade nicht gehen wir mal kurz runter dann machen wir uns nämlich schon mal ein bisschen was besseres zum essen aber da müssen wir ja den zubereitungstisch warte mal wo ist der eigentlich muss unser zubereitungstisch eigentlich nicht doof wo ist unser zubereitungstisch habe ich den jetzt mein foxy bescheuert fuchs muss ist doch nicht ganz dicht oder noch nicht ganz sauber oder tragen wir das aber auch noch mal runter steht mein zubereitungstisch hier oben steht da nicht wo ist der ja ja nein definitiv hat mir ein zubereitungstisch ich den hingepackt ich glaube ich muss noch mal unsere bude durchgucken oder habe ich den oben stehen lassen und habe den eingebaut ich bin mir nicht mehr sicher echt nicht ich bin damals abgerissen warte mal ist die pumpe schon wieder aus dann ist wahrscheinlich unser strom alle weil ach die zweite batterie steht hier wir gehen es kurz gucken das machen wir jetzt noch gemeinsam jetzt mal wurde der zubereitungstisch sich rumtreibt hier ist die batterie ja er war alle gutes wird wird es sowieso in der nächsten folge umgebaut den haben wir da hingestellt ist der bereich da ist das nee lass mich raten den habe ich entweder ist er hier auf der hinterseite der wand oder ich habe den abgerissen aber hier ist auch nicht ich glaube den haben wir echt ich weiß aber dass wir einen hatten ist ja jetzt auch egal ich nehme jetzt die batterie auf jeden fall schon mal mit werden wir definitiv einen neuen zubereitungstisch bauen müssen weil ich kann jetzt so auf die schnelle echt nichts sagen wo ich den hingeräumt habe oder was ich mit dem ding angestellt habe ähm ähm nicht die nachträglich gar nicht mehr rein stellen diese regale hier aber da waren auf jeden fall beide drin kann auch sein dass die wieder irgendeinen speziellen punkt brauchen das hatte ich nämlich auch schon das hatte ich nämlich auch schon bei irgendeinem anderen objekt vielleicht muss ich auch bloß speichern wir sehen es schon oder werden es sehen wir machen ihn mal so und werden dann mal noch gucken wo wir einen zubereitungstisch platzieren weil das müssen wir am anfang nächster folge definitiv machen denn wir brauchen was zum essen es hilft einfach nicht ich habe küche jetzt brauchen wir dafür holzscheit bretter nägel holzscheit bretter nägel holzscheit haben wir da gut wir sollten vielleicht ein bisschen mehr brauchen nägel die sollten reichen da vorne da vorne liegt noch das einsame holzscheit holzscheit rum das wird jetzt auch verarbeitet dann haben wir nämlich so langsam mal wieder ein überblick von dem was wir überhaupt haben und was wir brauchen hier so wir haben jetzt alles bis auf einen holzscheit das organisieren wir noch und dann switchen wir in die nächste folge mal abwarten wie sieht es hier draußen aus hier ist alles tutti oder greift mich hier gleich irgendwas an nö ich höre nochmal ein hühnchen aber hühnchen ich glaube ich habe zwei das reicht mir erstmal wenn die sich vermehren dann bin ich voll glücklich warte mal zack zack ich muss bis jetzt mit runter nehmen zack perfekt ja und ich sag mal hier kann man ganz gut durchlaufen hier kann man später noch im küchenschrank hängen dann sieht man das auch so das war jetzt sowas so ein ding so ein teil und so eine kartoffel nehmen wir mal alles mit wie viel haben wir jetzt da gemacht davon drei drei wieso drei okay und wenn ich vier kartoffeln wir werden aber nur drei zwiebeln okay ähm zack und dann bitte herstellen so viel wir haben drei stück perfekt und was ist jetzt unser problem gerade temperatur hier drin schon wieder warum denn warum ist hier drin so warm ich kann veräppeln ähm dann ziehen wir halt eine kühlscher dann meine güte hier jetzt nicht gerade außen temperatur ich hoffe hier gibt es auch bald mal klimaanlagen hier in dem spiel ne spaß aber das ist schon ein bisschen hart mit 40 grad ne gut ne gut aber dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen den anfang gemacht für gutes essen wir haben uns Tiere organisiert cool wäre es jetzt natürlich noch wenn die hier irgendwo rumlaufen würden aber so wie es ausschaut sehen wir die leider nicht schade eigentlich aber wir können ja hierher gehen dann sehen wir es auch und wir werden jetzt hier den da noch reinschmeißen zum füttern und dann beobachten wir das mal hier wie sich das verhält in 34 minuten also wenn wir glück haben in der nächsten folge sollten wir ein Huhn dazu kriegen und ne Ziege und dann auch mal gucken wie das ausschaut hier mit der Milch also da bin ich ganz gespannt drauf ich denke ihr auch lasst gerne ein Däumchen da auch gerne ein Kommentar und natürlich auch ganz gerne ein Abo wenn ihr nichts verpassen wollt dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und würde sagen bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal